Hallo, ich bin Joe, ein künstlich erzeugter Nachrichtensprecher. Und hier sind ein paar Neuigkeiten. Einige Forscher wollen massive Sicherheitslücken in den Sicherheitsprodukten von Microsoft und Kaspersky entdeckt haben. Diese Produkte verwenden Bytesignaturen, um Schadsoftware zu erkennen. Das System heißt Endpoint Detection in Response, Endpunkt Erkennung und Reaktion, EDR, und kann offenbar überlistet werden. Die Forscher sagen, dass sie Bytesignaturen einiger bekannter Malware in andere Programme einfügten und EDR so dazu zwangen, diese ebenfalls für Malware zu halten. Das bedeutet, dass jemand den Microsoft Defender oder Kaspersky Antivirus dazu bringen kann, alles von einem beliebten Texteditor bis hin zu einem noch beliebteren Gehirnstruktureditor plötzlich für gefährlich zu halten und anzugreifen. Die Forscher sagen, dass der Angriff so mächtig sein kann, dass er das Potenzial hat, einige Dienste dauerhaft zu stören. Sie haben es sogar vermieden, ihn vollständig zu testen. Microsoft hat übrigens gesagt, dass sie den Fehler gepatcht haben und er nicht mehr funktioniert. Aber wie die Forscher festgestellt haben, funktioniert er immer noch. Wenn du mehr Cyber-Nachrichten hören willst, schau in unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten. www.astronarium.de